Servus! Wir sind Riverwave Project, wir sind in der Gründung gerade, das ist der Wolfric, ich bin der Julian. Wir sind ein fünfköppiges Team aus Surfern und Bastlern und wir wollen das Surfen zurück in die Stadt bringen. Wie wir zusammengekommen sind, ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil wir haben es eigentlich umgekehrt gemacht. Wir haben erst unser Produkt gebaut, haben es ausprobieren können, indem wir es gesurft sind und sind dann draufgekommen, dass wir es gerne vermarkten würden. Und jetzt ist einer von unserer Gruppe, ist ein Professor an der Hochschule, Julian ist Student an der Hochschule. Ich bin wiederum nahe der Hochschule und wir sind dann draufgekommen, dass wir das irgendwie gerne weiterbringen würden. Und da hat uns das SCE super unterstützt, weil die haben das Potenzial in dem ganzen Produkt gut erkannt, glaube ich. Und seitdem werden wir sehr tatkräftig vom SCE unterstützt, was uns sehr gut tut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020